hallo und willkommen bei den Rückblick ja es wird jetzt ein kleiner Rückblick ich werde ganz schnell hier meinen ganzen stuffen die Kiste in die Kiste packen das können wir dann nachher nochmal gucken wir fangen an mit Len und mir wir sind am Anfang in diese Richtung ja ich mache den Rückblick jetzt mal alleine weil es gerade früh am Morgen ist 13 Uhr hier am Bau da sind wir dann lang ich glaube wir haben uns hier irgendwo durchgebaut mal sind dann weiter 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 die haben wir ja wie ihr wisst unsere Base gebaut die ich dann ja noch geschmückt habe mit dem Feld was wir seit Folge 2 glaube ich haben hier unser Wasser unsere Höhle jetzt interessiert mich mal ob hier alter ah ne das ist unser hier unsere Höhle die relativ groß war wir hätten sogar noch viel mehr entdecken können mit den Spawner den wir am Anfang abgebaut haben relativ große Höhle was mich sogar gefreut hat im Endeffekt hier unsere Truhen was hatten wir denn alles ihr schutz 2 noch ein Schwerf 1 Schwert Erze Stärke 2 sau viel Leder unsere Farm zwei Ambosser wir gehen mal weiter runter unsere Portalfalle die wurde im Endeffekt nicht mehr ausgelöst wir gehen am Ende nochmal nether hier unsere oder beziehungsweise was Lenny gebaut hat die Mininggänge wie tief ging die denn bis hier ja das ist schon der Wald von der Höhle und ich glaube das ist sogar wieder eine feindliche Höhle ich glaube ja das dürfte eine Schlucht von Leon zu sein wo wir jetzt hingehen da waren wir überall genau hier Leons Erste ich weiß jetzt nicht ob die noch einen hatten Wasser ja da kann man nicht mehr gut gucken die haben auch nicht mehr so viel so hier hä haben die nicht so lange gefarmt nein alle hier hier geht's runter zu ihren Farmen wie viel die gestript meint haben das denn ich warte ist das das war der Gang wo wir drin waren der fährt hier hoch hier du kommst von Leon jetzt nach da sogar dann glaube ich waren die das nicht mal ist aber hier du kommst von hier weiter weiter in diese Schlucht von Lenny und ich nicht auch in der Schlucht wir hatten den Weg nach da wir hätten von da aus hier hoch ich glaube wir hätten durch irgendwelche Verbindungen auch in die Schlucht gekonnt auf jeden Fall von hier aus wo hier genau hier ist dann der Structmine wo ich mich erst mal vercampt habe weil ich Schiss hatte dass jetzt was passiert das Nether Portal nochmal die haben sau viel gestript meint alter die hätten auch am Ende viel besseres Equip hier der Kobbel da steht dass wir alles entdeckt haben dann unser Turm den wir gebaut haben das ist übrigens nur wir haben jetzt übrigens gewonnen weil Thoralf hatte keinen Bock mehr und hat aufgegeben das heißt da wird nächste Staffel nicht dabei sein der Namenslose hier oben wo Jakob Scheiße gebaut hat deswegen Strike bekommen hat wo wir dann wussten wo wir dann die Base gefunden haben weiter kurz unser unser erster Kampf war hier nein 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 in der Höhle in den Wald war unser erster Kampf weiß ich jetzt nicht unsere Falle die Lenny und ich dann gebaut haben hier die dann aus keinen Ahnung welchen Gründen nicht gezündet ist weil eigentlich ist hier doch gar kein Signal mehr aktiviert warte das teste ich jetzt mal kurz Slash Game Mode 1 an wenn man das jetzt rausnimmt müsste doch eigentlich eigentlich sollte das dann so zurückgehen dass man dann dann ah hätte eh nicht funktioniert man bin ich genius nur hier hätte das funktioniert weil ich mach so also hätte eh nicht funktioniert geben wir drei wieder also die Falle hätte eh nicht funktioniert so da in den Wald war dann der nächste Kampf hier der Kampf gegen Jakob den Turm den wir am Anfang gebaut haben wo wir ja die ganze Zeit beobachtet wurden die Truhe wo ich immer noch keine Ahnung hab von wem die war hier in den Wald haben wir die die dann ja gesehen und haben die probierten Leon seine Base zu loggen ich glaube ich wäre sogar ein Spawner gewesen hat irgendjemand einen Anschluss dazu? nö hier war sogar noch ein Zombie Spawner gewesen hier war sogar noch ein Zombie Spawner gewesen so so da da hinten dann die Berge wo wir genau die Penisse wo Leon und so mich verfolgt haben hier der Penis wo Leon mich verfolgt hat dann bin ich ja hier lang geflohen hier lang beziehungsweise mich ohne Sachen verfolgt ich bin nicht geflohen da drin haben wir uns dann eingebaut Leon ist dann hier runter gesprungen ist gestorben da drei Opsi Blöcke oh dö 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 guckt euch das an das ist ein Dreieck verbindet alles miteinander wir verbinden alles miteinander Illuminaten ist das ein gerades Dreieck? muss so sein das muss alles so verbunden werden und wenn du alles miteinander verbindest das ist ein Dreieck Illuminaten so das war's aus das Auge Illuminati Confirmed gut so auf jeden Fall hier die Base wie viel haben die hier gesprungen halt ging es dann runter wir haben hier nie richtig geguckt ob hier noch was ist und da war noch eine Treppe wir haben hier nie richtig geguckt ob das hier jetzt irgendwie eine Werkbank ob hier irgendeine Verbindung ist oder war ein Raum hier geht's zu einer Höhle na ok hier hinten wo Lenny und ich dann wo Lenny und ich dann erst relativ spät waren hier war ja nix jetzt können wir mal kontrollieren hier war wirklich nix ok aber alles in allem hat mir die Staffel sehr gut gefallen außer dann innerhalb Toralf das fand ich dann nicht so gut deswegen oben Abstimmung wie hat es euch gefallen gut schlecht war wie immer und deswegen würde ich dann sagen genau wir gucken jetzt nochmal hier das Zeug an was ich am Ende hatte Schutz 1 dir Schutz 1 und Schutz 1 zwei dir Teile niemand war full dir diese Staffel Schutz 2 Eisen Schutz 2 Eisen 2 Rüstung ach wie viel Rüstung warte ich guck mal wie viel G-Mode 0 und jetzt G-Mode 1 wenn ich jetzt was würde passieren wenn ich die beiden jetzt im Amboss kombiniere das interessiert mich jetzt mal ob ich dann mehr Rüstung hätte weil eigentlich müsste es nicht mehr sein und G-Mode 0 nur nicht mehr ok gut war wie eigentlich gedacht Schärfe 3 Stärke 3 Bogen keine Pfeile mehr hier noch Schärfe 2 hey schwertest du von Lenny oder so sein Essen hatten wir dann ja auch kein Mangel Ender Perle wieder mal die Lava Eimer haben uns gerettet deswegen würde ich sagen ich hoffe diese Battle Staffel hat euch so gefallen das sind jetzt nicht mehr die Original Rüstung so gefallen wie mir dann würde ich sagen haut rein lasst einen Like da wenn es euch gefallen hat und Ciao